So, denn dann wird wieder Call of Duty gezockt. Ähm, okay. Das interessiert mich nicht. So, dann nehmt ihr meinen Controller nicht. So, dann geht's. Wenn, dann spielen wir Abschluss bestätigt. Und das war's. Ich habe noch das Center Event durchzuspielen. Jetzt muss ich was machen. 40 Nahkampssieg mit ausgerüsteter Nahkampssieg. Sonst müsste ich das machen. Die habe ich ja jetzt soweit fertig, oder? Nee, da habe ich noch das eine zu machen. Okay, dann mache ich hier meine Nahkampffoffe rein. Okay. Okay. Yo. So. 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 Wir werden schwer getroffen. Wir haben die Führung übernommen. Oh Junge, du bist vor mir und... Da macht er nichts. Das wird eine typische erste Runde. Natürlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde ja überall hier abgeämpft. Was läuft denn hier? So, entweder sieht meine Augen so scheiße oder ich sehe die Gegner nicht. Ich habe ihn noch gesehen auf der Map. Okay. 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 Ah, du Wichser. Okay. 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 Jetzt wer kaufen sie. Ich weiß nicht, ob es eine kleine. Ich weiß nicht. im anflug das ist soooott Heute wieder eine Spitze unterwegs. Bestätigt. Verbündete Drohne im Einsatz. Beziehen bereit. Registriert. Verbündete Drohne online. Abschluss bestätigt. Alle. Was mir klar? Was? Schleide nach. Schleide nach. Mist. Schleide nach. 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 Mensch, kannst du mir ans die Dinger laufen so schnell vorbei? Das ist nicht lustig. Schleide nach. 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 Was? Feindliche Drone im Einsatzgebiet Okay Ja Hey, da hätte ich schon mal kein Essen gehabt Mist Der Feind ist in Führung gegangen Abschuss bestätigt Abschuss bestätigt Abschuss bestätigt Wir haben uns die Führung gesichert Ich habe schon ein Team mehr erschossen Du Stück Scheiße Feindliche Drone im Einsatzgebiet Einer weniger Beteiligend Granat Da kommt doch ein scheiß Wilson in die Ecke Das ist die Fluss Werferbetäubungskalate Warke gesichert Abschuss bestätigt Das letzte Streifen. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Jo. Was ist auf dem Internet? Was ist denn? Du hast hier gesetzt? Nein, ich habe nicht zu viel stehen. Was ist denn? Was ist denn? Ah, was ist denn? Was? Ich kann ihn nicht auf die Scheibe, nur wenn ich mich nicht öffne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht auf die Plätze nicht auf die Scheibe geschlossen. Ah, du hast die Nummer. Das ist die Nummer, ja. Das hätte ich gesagt. Die Hälfte der Missionszeit ist vorbei. Haltet die Führung. Peter, come on. Feindliche Moskito online. Ehhh, Dorson. Was ist das? Feindliche Aerosol-Bomben nähern sich. Feindliche Drohne aktiv. Verbündete Drohne online. Granate! Der Feind hat einen Machteskörper gestartet. Lass die Vorstoßdrohne los! Verbündete Drohne im Einsatz! Weggepunktet! Feindliche Drohne im Einsatz! Verbündete Drohne im Einsatz! Weggepunktet! 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 Verschläven! Feindlicher Marschflug für den Anzug! Also up. Betäubungsteine! Zu deinem Vorfahren! Verbündete Drone im Einsatz! Noch eine Minute! Feindliche Drone im Einsatzgebiet! Wir haben die Führung verloren! Wir haben die Führung übernommen! Es bleiben noch 30 Sekunden! Lasse Vorstoßdrohne los! Keiner wieder! Noch 10 Sekunden! Wir haben die Führung übernommen! Kaffne die Führung übernommen! Nö, die war nicht zu. Kaffne die Führung übernommen! Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Das Zielgebiet sichern. Zielgebiet lokalisiert. Die Stellung sichern. Das Zielgebiet, das Zielgebiet. Das Zielgebiet, das Zielgebiet, das Zielgebiet, das Zielgebiet. Das Zielgebiet, das Zielgebiet, das Zielgebiet. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Wir haben die Führung verloren. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne entweist das Gebiet. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Zweite innerhalb des Perimeters. Wir haben uns die Drohung gelegt. Nee, wei. Ich hab's wohl nicht dran geschossen. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Feinde gesichtet! Der Feind ist in Führung gegangen. Die Stellung wird verlegt. Daran lassen. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Oh, wieso geht den anderen in der Schoß? Wir haben die Führung übernommen. Oh,уль meinstige warst du? Die Schoß ist in einem Ostsepen. Der Markeint bilden sie. Führung. Deine Frau. Oh, Pidat, du guckst du hinar. Da mach er Pidat Die Stellung wird verlegt Zielgebiet sichern Stellung kompromittiert Bereit sichern die nächste Stellung Bereit halten Feinde innerhalb des Perimeters Zielgebiet aktualisiert zur Stellung begeben Verbündeter Marschflugkörper eingesetzt fuhu fuhu Die Stellung wird verlegt Bereit halten Verbündete Drohne im Einsatz Verbündeter Mörserschlag unterwegs Schuss Geht Feindliche Drohne in eurer Zubie. Wart. Feindliche Drohne in eurer Zubie. Feinde innerhalb der Zubie. Feindliche Drohne in eurer 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 Zubie. Feindliche Drohne sind heckbesten. Ich sehe ihn. Ja, geschmiedet auch mit der Waffe. Natürlich, ich bin schon so. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. So, hier ist jetzt Huntershipment gespielt. Wieso, weshalb, warum? Sehr einfach, weil wir jetzt Leute verprügeln mit den Knüppeln. Was lustig ist. Oh, wie ist das? 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 Nein, dann ist er auf K und ich kriege ihn nicht. Wir haben uns die Führung gesichert, verbündete Motivation. Weggepüftet. Knappe Kiste, vielleicht beim nächsten Abend. Auf jemanden vom anderen Team ziehen. Was? Wir haben die Führung übernommen. Fick. Oh. Wie bitte? Hier. Ibu habe ich. Ja. Wie bitte? Wissen Sie? Was? Was? Nee. Was? Also? Was? Ja. Jemanden vom andern Team ziehen! Oh je. Also die Hälfte hätt ich dann nicht. Na ja, 20 Leute verprügelt. Nein, wieso bin ich rausgegangen? Hm. Wieso geht's hier so schnell? Hm. Okay, verstehe. Du kannst sie ins Zombie-Wallzone. Ah, ich verführ's zu schnell. Ah, ich verführ's zu schnell. Keine Ahnung. Irgendwie... Das geht viel zu schnell. Ich verprügeln die Leute weiter. So, dann hab ich Stickdrift hier. Abschuss bestätigt. Alle Feinde im Gebiet eliminieren. Verabschmerzen gesichert. Abschuss nötig. Wir haben uns die Führung gesichert. Versteht nicht. Einer weniger. Nein. Krieg ich Kill genug und ich sterbe. Abschuss bestätigt. Unter Beschuss. So. Wieso bleib ich schon an jeder Ecke hängen? Wieso bleib ich schon an jeder Ecke hängen? Ich krieg jetzt so viel Damage mit dem Donner, wenn ich da bleib. Ich krieg jetzt so viel Damage mit dem Donner, wenn ich da bleib. Stehe unter Beschuss. Der ist bestätigt. Der ist bestätigt. Oh mein. Der Feind ist in Führung gegangen. 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 Verabschmerzen gesichert. Verbündete Aerosolbomben im Anschlug. Stehe unter Beschuss. Nee. Überlebt er es. Ziel auf den Feind. Nicht auf den Weg. Sie unter Beschuss. Oh. Jemanden vom anderen Team. Ach du liebe Güte. Auf Aufschleppen in der Luft. Betäubungsgranate. Auf was. Betäubungsgranate. Lade nach. Man. Man. Hm. Nee. 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 Yes! Oh! Ja. Die Führung ist sicher. 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 Das ist sicher. Die Führung 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 ist sicher.